Also, ich konnte ihn überzeugen, dass er uns bucht. P. B. N. Motherfucking J. In drei Wochen für eine Record-Release-Show im Cheaters. Bam! Habe ich's drauf oder habe ich's drauf? Echt jetzt, Joe? Eine Tittenbar? Das ist harmloser Scheiß. Bikini-Oberteile, die tragen Shorts. Total familienfreundlich. Ja, aber wir haben bloß einen Song. Dann hängen wir uns richtig rein. Du hast Notizbücher voller Songs, P. Wie sehr willst du das? Perfekt nochmal sehr. Ganz genau. Wir reißen uns songtechnisch den Arsch auf. Dann überschwemmen wir die Stadt mit Flyern und dann killen wir die Show. Mann, wenn das erstmal die Runde macht, sehen wir dieses Dreckskaffee im Rückspiegel, während wir ins grüne Erfolgsparadies düsen, Baby. Was sagst du dazu, Nana? Mein Kalender ist noch ziemlich leer. Na, dann geht das voll klar. Na schön, alle, die dafür sind, sagen Aye. 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 Ich vergnüge keine Perversus, die Frauen zu Objekten machen. Komm schon. Wecken wir die Schafe. reservatii, nach der Schafe. Untertitelung des ZDF, 2020